Der geht zu Fuß. Noch ein Tick. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wo sind wir? Im Flughafen. Wir wollen jetzt gleich in den Urlaub fliegen. Wir wollten uns ja mit Ava und Jade und Ian in Florida treffen. Das hat leider nicht geklappt. Wir mussten den Flug stornieren. Aus Gründen halt. Und jetzt sitzen wir am Flughafen und wollen gleich in die Türkei. Das haben wir ganz spontan gebucht, weil wir die gepackten Koffer hatten. Und wir wollten irgendwie Sonne haben. Und deswegen ist es jetzt die Türkei geworden. Und wir nehmen euch natürlich mit. Und gleich ist Boarding. Und dann gehen wir ins Flugzeug und dann hoffentlich in die Sonne. Ja. Freust du dich schon? Ich auch. Wieder da? Vielleicht musst du ganz lange sitzen, Schnucki. Kriegst du hin, ne? Ja. Und noch hat sie hier ihr Daddelgerät. Ja. Funktioniert das im Flugzeug auch? Meinst du? Okay. Schnucki. Weißt du, was der rote Strich bedeutet? Ääh. Bedeutet das. Was? Was? Als ob du nicht hinknallst, Jens. Wie du da sitzt. Und an den Flugzeugen vorbeifährst. So ist die Scheibe ein bisschen dreckig. Aber das geht. Ich weiß nicht. Siehst du unser Flugzeug? Ich weiß nicht. Aber ich sehe unser Flugzeug schon. Wir sitzen im Flieger. Da sind Koffer. Ob unsere dabei sind, können wir nicht erkennen. Aber wir hoffen das mal, ne? Richtest du dich erstmal häuslich ein? Wen gemacht hast? An die Nase? Hä? Nooo! Oh no! Hanna! Hanna, das darfst du natürlich nicht machen. An die Nase schon, aber nicht an die Haare. Oh, keine Nase. Wir klemmen das nach hinten irgendwie. Hanna! Hanna! Oh, willkommen, 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 Sonnenschein. Wir packen unsere sieben Sachen in den Fliegereien. Wir packen unsere sieben Sachen in den Fliegereien. Oh, das ist mir weh. Hier. Hier ist der zweite Flugplatz. Wir sind immer höher. Wir sind gelandet. Wir sind in der Türkei. Und jetzt warten wir auf unseren Bus. Der erste ist proppenvoll. Und da ist der nächste. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Und hinter uns ist unser Flieger. Wir kommen genau unter der Tragfläche und durch. Schnucki! Frau Urlauberin. Wir sitzen im Bus auf dem Weg zum Hotel. Wir sind gerade beim Flughafen angekommen, haben unsere Koffer. Und jetzt warten wir, dass alle eingestiegen sind. Und dann fahren wir zum Hotel. Und wir hoffen, wir sind nicht das Letzte in der Reihe. Dann können wir jetzt nämlich noch eine Stunde fahren. Bist du langsam müde? Nein. Aber Durst hast du, ne? Ich auch. Wir sind im Hotel angekommen. Wie gefällt es dir hier? Gut. Ich drehe euch mal um. Sieht schon mal schick aus, ne? Ja. Wir wollen Buffet, oder? Mhm. Wir wollen Buffet. Wirklich? Ja? Okay. Komm drauf. Oben? Und unten. Was heißt da unten? Oh, wie ist es? Hase. Ja. Das ist cool. Wie heißt du? Hanna. Hanna. Okay, ich bin Mehmetz. Können wir uns merken, ne? Mhm. Jetzt steh ich durch. Wieder rauf? Wollen wir noch mal gucken? Oh, Muckis. So, rückwärts. Ich dachte, die Treppe runter jetzt. Duff, duff, duff. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Erste Mann in unserem Hotelzimmer. Äh, das weiße Mann. Ja. Das ist ja groß. Ja, das ist groß. Und vor allen Dingen haben wir noch ein zweites Zimmer, Schnucki. Ich? Ja. Uah. Wo denn? Das ist unser zweites Zimmer. Ja. Ja. Können wir erst mal hier bleiben, in dem Zimmer? Ja, einfach hier hin. Wir müssen gucken. Wer in welches Zimmer geht. So, jetzt zeigen wir euch das mal. So, Hannah macht schon mal direkt den ersten Betten-Test. Ui, ui, ui. Guck mal. Ein Zimmer. Wir hätten ja eigentlich drüben ein Doppelbett und ein Einzelbett gehabt, ne? Und wie ist das? Nicht so schön matschig wie in Berlin, oder? Nee, aber dafür hab ich einen neuen Trick. Na? Im Schneidersitz? Ja. Möntchen. So, wir kommen. Hier ist das zweite Bad. Oh, guck mal. Cool, extra für mich. Was? Ja, also das Klo weiß ich nicht, ob das extra für dich ist. Ja, ein Kinderklo. Ernsthaft? Ein Zimmer und ein Kinderklo. Das ist ja witzig. Auf jeden Fall ein Kinderwaschbecken. Ja, ist cool, aber keine Warenwanne. Doch. Guck mal, jeder von uns hat ein Haierbetti. Ist der cool, oder ist der cool, der Pool? Hä? Wollen wir mal reinfassen? Fass mal rein, ob's warm ist. Kalt. Ist schweinekalt wahrscheinlich, ne? Was willst du? Dann nimm dir ein ganz kleines Stück. Schmeck. Oh, sieht das gut aus. Schnucki, Schnucki. Du musst es in die Hand nehmen. Du kannst jetzt nicht da vom Teller essen. Und? Schmeckt? Ist da Alkohol mit drin? War das die glorreichste Idee? Wir schmecken am besten mit der Blut. Gut. Siehst du eine Serviette? Das ist hübsch, ne? Ja. Das ist unser Pool. Und da hinten sind die Wasserrutschen. Mhm. Das sieht man ein bisschen vom Pool. Ja, das ist ein schönerer Ausblick, finde ich. Ja. Oder? Ja. Guck mal mit. Oh, hier ist warm. Ach so, und hier ist dann abends die Disco gewesen. Schnucki, kann man hier raus? Ja. Ach so. Ach so. Was sieht schön aus? Ist Papa da irgendwo? Nee, Papa... Oh, das ist aber ganz schön hoch, oder? Guck mal, jetzt kann man von hier oben auch erkennen, was es da im Pool ist überhaupt. Zwei Delfine sollen das wohl sein. Und strahlend blauer Himmel. Gestern hat es hier wohl noch geregnet, man hat Pfützen gesehen. Da hinten sind nicht nur die Rutschen, da sind auch Trampoline. Ach so, und Hannah fragt gerade, wo wohnen wir hier? Und das möchten einige von euch bestimmt auch wieder wissen. Das ist das Adalia Art Sun. Nee. Adalia Art Sido Hotel. Entschuldigung. Nix mit Sun. Obwohl wir Sonne haben, ne? Es ist echt warm. Du, die Sonne ist weg, Schnucki. Dafür sieht man deinen Schoko-Eis-Fleck. Oh, hast schon wieder ein Gewicht gekriegt, ne? Einer von uns ist immer elektrisch. Lass uns hier einmal über die Brücke gehen. Darf man das? Ja. Da hängt aber, irgendein Schild hängt da an der Brücke. Könnte ich nicht dran hochziehen oder so? Was steht da? No. Ach so, nicht reinspringen von der Brücke. Schön, oder? Es riecht lecker. Okay. Jetzt haben wir Frühstücksflocken und Trockenobst. Und Kekse. Ah, ganz viele Marmeladen. Butterkekse. Okay. Okay. Das könnte Nutella sein. Mhm. Was ist das? Cream... Cream Cheese? Honig. Das ist Honig. Fladenbrot. Oh, das hätte ich... Das würde ich auch für meine... Äh, Mama... Das klingt so richtig. Oh, guck mal! Hanoumi-Käse. Guck mal, Ketchup. Und Nett. Das ist was für Papa. Und das? Das ist Mierspeise. Das ist sowas wie Dings. Pancake. Pancake. Und guck mal, du kannst Pfannkuchen mit Nutella. Das ist eine riesen Packung Nutella mit Zimt, Zucker. Und das ist bestimmt Ahornsirup oder sowas. Und dann haben wir hier noch süße Teilchen. Und sogar Pizza. Aber die ist noch nicht hier. Aber sehr viel Süßes. Aber da brennt schon das Feuerchen da hinten. Siehst du das? Sehe ich immer. Und Schiffchen. Und... Oh! Croissants! Noch mehr Salate. Schnucki, ihr geht alle zu schnell. Waren wir hier schon? Nee. Das ist ein Riesenbuffet. Käse. Noch mehr Käse. Noch mehr Käse. 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 Mozzarella, schätze ich mal, ist das da. Das sind Karotten. Hier ist Salat. Was ist das? Lauf. Können wir das sein? Nee, das ist kein Lauf. Sellerie oder sowas? Mama, das ist nur Salat. Zu Zierde, ne? Und noch mehr Käse. Käse. Das ist kein Süßkram. Das ist auch noch mal Salate. Hier ist Fisch. Thunfisch und sowas. Jetzt wissen wir, was wir hier haben. Und hier kann man sich... Oh mein Gott, guck mal den Berg an Toast an. Ja. Da kann man sich das getoastet machen. Genau. Und hier ist so die Kinderecke. Da drüben ist auch noch mal Obst. Normalerweise ist hier mittags und abends extra noch mal für die Kinder gefüllt, ne? Ja. Äpfel. Äpfelringe meinst du? Grapefruits vielleicht. Noch mehr Apfelringe, rote, grüne und Orangen. Und hier kann man sich dann noch mal für unterwegs nehmen. Ja. Guck mal, die Ananas ist süß. Aber wir haben kein Messer mit. Was ist da drin? Ist da tatsächlich was drin? Oh ja. Ein Süppchen. Und jetzt dauert das gefühlte 10 Minuten. Guck mal, ihr könnt da schön reingucken. Kann er nicht. Kann er sieht nix. Ich weiß nicht, wie weit das da hinten noch weiter geht. Da müssen wir hier unten gucken jetzt gleich. Da liegt, glaube ich, sogar ein Brot, oder? Das ist nicht deins, ne? Brot. Da ist es. Heiß? Kannst du, glaube ich, anfassen. Ist knusprig jetzt, ne? Ja. Ja. Zufrieden? Gut, dann sollten wir uns jetzt auch mal Teller nehmen. Und? Und frühstücken, ne? Ciao. Rührei. Ich bin einfach zu kurz. Hier ist Wurst und Ei. Kartoffelscheiben. Brot auf jeden Fall noch, ne? So. Brot. Hm. Welches Ding? Nimm von hier hinten noch. Besser ran. Das ist Nutella hier, ne? Bitteschön. Dank dir das so? Ja. Ein riesen Fest mal. Wurst trinken. Heiß? Ja. Oho. Wenn ihr mehr von unserem Urlaub sehen möchtet, macht einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtesten. Tschüss. Jetzt kannst du weiter Haia machen. Haia. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. wenn ihr hier habt, könnt ihr hier aufhand mal zu abonnieren, oder? Und jetzt kannst du noch mal das Video. Wenn jetzt so, wenn ihr euch aufhören. Jetzt kann ich gerne rein. fifth. Wirst das Video. Du? Du? Und das Video. Diese...? Du?